Das ist jetzt nicht Lastkills, Ernst. Er hat nicht Elo-Chakes-Raisers als Wappen. Nee, nee, okay, da brauch ich kaum noch einen. Das ist zu viel, das... Was? 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 Meine Nutter. Kennst du Elo-Chakes? We have now taken objective Alpha. Der immer ins Mikro schreit und mein Dick... Ja, und der Lastkill hat seinen Wappen als... Wie heißt das? Oh nein, das muss doch bitte unbedingt ändern, das ist ja peinlich. Ist das eigentlich behindert? Nein, wir sprechen davon, das geht gar nicht. Egal, welches kriege ich jetzt? Kann ich jetzt noch mal Quail für ne High-Defop oder wie das heißt? Oder kriege ich dann jetzt wirklich Sachen wie Spins? Hattest du die Chance, dich zu melden? Hä? Wie zu melden? Hattest du die Chance, dich abzumelden? Ich hab mich ja nicht abgemeldet. Bei wem? Ach so, ähm... Abzumelden in der Form, wie... ...hätte ich nicht beim PC von heute auf morgen kommen. Oder wie meinst du die Frage? Ah ja, genau, so meinte ich das. Nee, ähm... Hatte ich... Sonst hätte ich Bescheid gemacht. Ja, ich auch gern. Egal, rocken wir weg, rechts. Wahnsinnige Hochzehn. Diese Klee haben doch keinen Hitmacher gekriegt. Sie sind doch acht... 800 Tickets, das wird noch verlaufen. Ah ja, das geht schon. Ah ja. Wir haben C... ...holen wir uns jetzt B... ...denner... 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 Ja, der Düng... ...der Snowy... Wie er heißt... Ich geh mit... Ja. Ja, geh mal ein bisschen hochfahren. Weil der lässt sich dadurch frei aufs Reinkommen. Er hat's gesagt, für G-Core gibt's ein höheres Startgeld... Ja, okay, erst mal haben wir den Tung belegt, oder? Wenn wir sowieso nicht überfallen wären, dann braucht man das ja nicht. Ja, er hat's gesagt, ein höheres Startgeld. Das heißt, wir können schon mal mit größeren Maschinen anfangen. Und da mit da kommt gleich einer durch. Und mit dem können wir bestimmt reden, dass wir uns so eine eigene Base haben, weißt du? Wer bleibt denn der? Da ist er! Oh, ich bin schon wieder Versorger. Dann holen wir uns gleich mal einen Hemet mit Kiste und allem. Genau, Hemet, Kiste, Hütte oder zwei. Ich muss kurz los, ne? Ich geh kurz in den Aufkarsch. Nein, das brauchen wir aber, wenn wir uns mal spielen und dann mehrere Leute drauf sind, dann holen wir uns auf den Begleitschutz, oder? Wir quatschen dann keine Erfahrung, ok? Ok. Aber ich verstehe echt nicht, wieso ihr Battlefield 4 ohne... Na, wie ihr das spielen könnt, einfach so. Ist doch behindert. Und du hast doch auch gute Steps. Also gute, äh... Im Battlefield 3 hätte ich schon 20... Null. Lava, Lava halt, ne? Ja komm, im Battlefield 3 kann man wenigstens alleine auch spielen. Ohne... Zehntausend Teammitglieder, die einen retten. Weil man nicht random drauf geht, so wie hier. Ja, so ist es halt. Denkt keiner von außen, denkt ja. Meine Güte. Ey man, komm schon, ich stirb einfach. Edge Raider sind mir. Komm, wo? Wo kann man eigentlich die... ...Netzcode-Geschichte anschauen? Woaaah... Instant draufgegangen. Da rennt da nicht hinter mir. Gameplay oder? Ja. Ja. Medkit. Und da hoch. 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 Okay, okay, okay. Wir schauen, ob's besser wird. Ja, tot. Ja, tot. Okay, der zweite noch. Moment. 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 Boah. Ich geh mal A von außen. So kommt wieder vielleicht wieder. Ey, wie kommt der da hoch? Wie kommt der da hoch? Wie kommt der da hoch? Wo ist denn hoch? Ja, nein. Bei mir. Auf die Wand hoch. Also da ist so ein Balkon. Ja, die stehen aus. 3A. Ich bin down. Fünf... Nee. Das war einer von mir. Richtige Sport, ne? Ja, hinter mir noch einer. Schau. Haben. Da ist noch einer. Den auf mich. Haben. Nice gemacht. Da ist noch einer. Hinterm Stein. Headswitch. Die Fotze. Impact. Haben. 2. Haben mich. Warte, ich hab. Ich bin tot in the red line. Ja, ja. Weiter. Haben. Nice. Noch einer da. Ja. Ja. Oh Mann, der Zwecke. Was von wo denn? Danke. Gehen wir durch auf A? Ja, wir müssen jetzt B säubern, aber ganz schnell. Ja, okay. Also obenrum mach ich relativ frei. Ich geh mal runter. Da, mich sehen nur so Puffer. Was siehst du? Nur so Puffer. Da, alle. Wer ist denn nun? Da, alle. Wer ist denn nun? Von oben aus auf Passiv, ne? Von unten. Von unten. Von unten. Von unten. Kommt einer? Ich bin gerade am Naderhof. A geht schon wieder. Ja. Wir holen uns B. Das ist schön, die Situation rausfletzen. Wir bewegen sich nicht mehr. Mann, der kommt weg. Tücher. 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 Ach, zu late. Da tut ihn gefallen. Wechsel die Sister. Hinter mir! Hinter mir! Draußen ist wein! Noch einer. Einer unten noch. Ich retz dich, warte. Mami. Da ist noch einer gespawnt. Am hin. Ja. Erholfix. Also holen. Die draußen ist da auch nichts. Hahaha. Das ist ein bisschen. Diko, wunderschöne. Wie ist denn das? Wie? Oh doch. Oh. Brauchen wir mal die Zone irgendwie. Ja, ich bin auch auf A. Ich hab keine Muni mehr. Außen kommt sie. Ja, warte. Ich komme. Geile Sau. Ah. Ging nicht anders. Der Kampf hat einer bohnen. Mann. Nehmt. Wir brauchen Munition. Wo ist denn unser Muni-Boy? Hier. Küche. Auf Date. Ah. Ich bin down. Ich hab schon welche. Ja, ja, ja. Kitchens sind zwei. Aber da steht immer noch einer oder so. Oh Gott. Ich bin im Kampf gefallen. Im Kampf gefallen? Was? Was? Nuke. Hm. Schade eigentlich. Schade eigentlich. Schade. 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 Schade.